Okidoki, da ist das erste gegnerische Team, auch ein Monitigo, Epitaph vom Flamingo, Ramprolita ist auch da, also Gramfogita und das andere Rachen-Pokémon aus der 8. Gen. Epitaph könnte echt dabei sein, daher bin ich am überlegen, ob ich mit Mimikma anfangen sollte. Oh, jetzt hat das Item-Experten-Gott. Ja, Mimikma ist okay, denke ich. Maskagato und der Kollege ist schon bereit. Ah, ich nehme Rammoth mit. Rammoth ist auch ein nettes Pokémon. Okay, eine neue Saison hat begonnen im Pokémon. Anshario vs. Eric. Okay. Ich wollte schon sagen, die Menge tobt. Ja, jetzt kann ich sagen, die Menge tobt. Okay, ähm... Sperrtanz oder Direktschattenstoß? Sperrtanz. Nice. Ich bin wirklich mal schneller als Monitigo. Goldrausch. Ja, ungefährlich. Aber so lange es sich nicht boostet, sollte ich die Attacke aushalten. Und der Spezialangestwert ist gerade gesunken. Was nämlich nice ist. Und ich habe trotzdem Kraftpunkte verloren. Ist das jetzt neu in der 9. Gen? Ich glaube, es hat den Terra-Typ Stahl, wenn ich mich zu Recht erinnere. Oh, ich habe nur diese Geist-Attacke. Hat nicht ausgereicht. Dunkelklau wäre mega heftig. Oh, heftig. Ich bin KO. Ich wurde KO'd. Das gehört dazu. Oha. Überreste. Monitigo Überreste? Interessant. Einfach mal Überreste. Abschlag. Aber Epitaph wäre echt nice. Wenn er Epitaph mit im Team hat. Hier, Monitigo, sollte ich nicht unterschätzen. Da ist es. Nice. Oh, warte mal. Es hat den Typ Kampf, ne? Neben dem Typ Geist. Warte mal. Welchen Terra-Typ hat nochmal dieses Maskergato-Fee? Nee, Pflanze. Und ich habe jetzt den Typ Undicht. Boah, eine Kampfattacke wäre böse. Ach, egal. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob ich schneller bin. Wobei, das ist Maskergato. Doch. Oh, die Attacke geht daneben. Und ich habe die Attacke noch ausgehalten. Heftig. Nuttler ging daneben. Schwung wieder. Ich habe daran gedacht. Heftig. Das ist too much for me. Jetzt habe ich ein Problem da. So, um das sich Falterreigen einzusetzen. Ja, ich kann es ja versuchen. Und danach gebe ich ihm Orkan. Boah, die Attacke ist so cool. Äh, es setzt Brotzein. Orkan ist eine spezielle Attacke. Die Attacke kann aber auch daneben gehen, ne? Los geht's. Nice, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Das Pokémon ist so heftig. Boah, dieses Pokémon. Drache Eis, oder? Hm. Ich denke schon, weil Hitze, weil der effektiv trifft. Terratyp Boden. Na, ich sollte mal mehr an den Terratypen ab jetzt denken. Hm. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich setze direkt die Step-Attacke ein. Was ist, wenn ihr jetzt eine Gesteinsattacke habt? Vielleicht könnte ich nochmal Falterrein einsetzen. Na, egal. Ich zieh durch. Boah. Er setzt Wachentanz an. Warte mal, ist es jetzt schneller als ich? Checken. Boah, yeah. Nice. Ich hab gewonnen. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, als Maskerkato K.O. totally war's das mit mir. Das war's.